Hallo und herzlich willkommen zum letzten Market Briefing in dieser Handelswoche und zugleich in diesem Monat. Wir haben den Monatsabschluss und der hat es in sich. Gehen wir nach oben. Kommt der Happy Friday? Gelingt der oder rutschen wir durch? Wir stehen an wichtigen Zonen beim DAX, beim S&P, beim Nasdaq, wichtige Rebound-Zonen. Das muss jetzt gelingen, ansonsten droht eben auch eine Eintrübung in den Monatsabschluss hinein. Passend dazu haben wir heute noch eine Fülle an sehr wichtigen Daten, die hineinkommen. Ab 14.30 Uhr besonders wichtig. Schauen wir uns heute auch noch genauer an. Hier zum Market Briefing. Ansonsten, die Handelswoche war schon auffällig. Wir hatten viele Earnings gestern auch wieder, die dann aus der zweiten Reihe, die schwach ausgefallen sind, mit heftigen Reaktionen auf der Unterseite. Spricht ein bisschen in Richtung Marktbreite. Hatten wir ja auch in dieser Woche mehrfach angesprochen, dass da viele Differgensen als Warnsignal offen sind. Dann schauen wir uns heute auch noch mal an. Und gestern auch Nvidia etwas im Fokus mit dem ersten Schwächetag, nachdem man in knapp einer Woche über 20% gestiegen ist. Aber darauf blicken wir gleich in Ruhe. Wer grundsätzlich nichts verpassen möchte, kommt einfach mit in die Trader-Community. Ersten Link in der Videobeschreibung. Da findet ihr dann die Live-Shats, wo ich von früh bis Abend mit dabei bin. Aber nun geht es mal hinein in den gestrigen Handelstag, der wieder mal zweigeteilt ausgefallen ist. Das sehen wir jetzt sowieso sehr gerne, dass die Indizes komplett zweigeteilt gerne laufen. Nur gestern andersrum. Gestern Morgen die Nebenwerte. Russell 2000, der Outperformer. Hoffnung auf Zinssenkungen. Warum? Ja, schwache Konjunktur. Da hat es dann reingekommen. Schauen wir uns aber gleich an. Und der schwächste Wert war diesmal der Nasdaq. Aber in den letzten Metern ist das erst passiert, weil eben Nvidia da eine Nachricht reingekommen ist. Also Nasdaq schwach gewesen, der Russell hingegen besser. Aber der Rest auch im Minus geschlossen. Obwohl wir die schwächeren Konjunkturdaten hatten. Bad News und Good News. Hat nicht so richtig gezündet. Aber die Zinssenkungshoffnungen haben sich trotzdem wieder erhöht. Dass die Fed reagieren wird. Hier Nvidia in der letzten Handelstunde ging es doch deutlich bergab. Ich schaue mal, wo sie geschlossen haben. Ja gut, Minus 3,8% knapp geschlossen. Ja, die USA erwägen, die Verkäufer in den Nahen Osten von KI-Ships zu reglementieren. Wäre natürlich nicht wunderbar für Nvidia. Da hat man dann empfindlich darauf reagiert und dafür gesorgt, dass der Nasdaq doch mal unter Druck geraten ist. Mal gucken, ob da was nachkommt. Nvidia ist spitzenmäßig gelaufen. Können wir hier nochmal sehen. Seit den Zahlen von vor einer Woche, da wurden ja die Nvidia-Zahlen gemeldet, Donnerstag, ganz seitdem ist man über 20% angestiegen. Hat eine halbe Billion US-Dollar an Marktkapitalisierung dazugewand. Wahnsinnswert. Und hier hinten zu sehen, ist die Entwicklung beim Nasdaq. Hätten wir Nvidia nicht gehabt in den letzten Tagen. Nasdaq und S&P 500 wären doch mächtig unter Druck geraten. Hätten vielleicht sogar das schautechnische Bild schon eingetrübt. Nvidia hat echt das Fähnchen immer nach oben gehalten. Ich hatte hier auch so ein Market-Briefing, die Hitmap immer gezeigt, wo alles rot war. Aber ein Riesenkästchen drin, da war auch grün, dunkelgrün. Das war Nvidia. Mal gucken. Der ist dann erstmals unter Druck geraten. Man ist überhitzt. Also eine Konsolidierung steht hier im Raum. Da muss die Marktbreite hinterherkommen, die momentan noch nicht so richtig super stark daherkommt. Viele Differgenzen hatten wir. Hatte ich auch im Market-Briefing immer wieder gezeigt. Hier mit der schöne Differgenz zwischen S&P 500 und dem Dow Jones Transport, der hier gelblich zu sehen ist. Da ist ein Riesengap aufgeschlagen. Der Dow Transport sagt, das Konjunkturbarometer bei den Indizes sagt, alles nicht so doll, was wir sehen hier. Der S&P 500, der ist halt gewichtet nach Marktkapitalisierung und die wenigen großen Tech-Konzerne, die halten ihn dann stabil. Ja, aber die Frage der Konjunktur und dann natürlich die Frage der Entwicklung, wie sich die Unternehmensgewinne entwickeln. Weiterhin Konsensschätzung, zweites Halbjahr, die sprudeln so richtig, die Unternehmensgewinne. Und vor allem noch die zweite Reihe holt auf. Also nicht nur die Big Techs liefern. Momentan bei den Earnings, die Big Techs haben geliefert. Die haben abgeräumt. Deswegen nicht ohne Grund sind sie die großen Pusher. Aber in der zweiten Jahreshälfte, ja, dann geraten die etwas unter Druck. Das schnelle Gewinnwachstum ist nicht zu halten, aber die breite Masse kommt nach. Wir haben gestern wieder Earnings gesehen. Da muss man Fragen stellen, ob die breite Masse wirklich so dynamisch hinterher kommen kann. Also hier Differenz offen, auch die Frage der Konjunktur. Es sind viele, viele Fragen offen in den USA. Wie steht es mit der Konjunktur? Wie steht es mit der Inflation? Da kommen heute noch Daten hinein. Wie steht es mit der ersten Zinswende? Also sehr viel Unklarheiten in den USA. Und wie viele widersprüchliche Daten, viele widersprüchliche Aussagen, auch von Ökonomen oder von den Notenbankern. Ja, und dafür ist die Unsicherheit noch relativ weit draußen im US-Markt. Hier auch nochmal die Marktbreite, dass die nicht nur zwischen den Indizes fehlt, sondern auch im Indizier. Hier der S&P 500 mit seinen Werten, mit seinen 500 Werten und wie viele davon über ihrer 200-Tage-Linie notieren. Knapp 63, 64% sind es aktuell und das ist der niedrigste Wert des Jahres, obwohl wir gerade vom Allzeithoch kommen. Also so richtig Marktbreite kann da nicht dahinterstehen, wenn immer weniger Titel über ihre 200-Tage-Linie stehen, aber wir trotzdem Allzeithoch holen. Dann ist das, also die breite Masse kommt nicht und wenn die Großen vielleicht doch mal schwächern und die Breite nicht nachkommen, weil die hohe Erwartungshaltung an die Earnings nicht erfüllt wird, mal gucken, ob das dann so zu halten sein wird. Also das ist auch wieder eine Differgenz, das sind keine Umkehrsignale, aber es sind eben Warnsignale. Und diese Woche steht wirklich ein bisschen im Fokus von, oder über der Überschrift hier, Differgenzen im Markt. Und das sind einfach Warnsignale, die vorhanden sind. Hier auch nochmal zu sehen, der S&P 500 als Gleichgewichteter, also alle 500 Werte haben eine gleiche Gewichtung. Und nach Marktkapitalisierung gewichtet, also der echte S&P 500, dass mit der hohen Marktkapitalisierung dementsprechend mehr Gewicht haben, das sind die Big Techs, das ist Nvidia, Apple und Co. Mit ihrer billionenfachen Marktkapitalisierung, da hält man sich stabil, weil diese wenigen Titel den Markt halten. Aber wenn alle gleichgewichtete, alle 500 Titel gleicher, da wird man schon ganz woanders stehen, da wird man schon auf dem Weg zum April-Tief sein. Und das sehen wir eben nicht. Und mal gucken, ob Nvidia jetzt weiter pushen kann, wenn jetzt doch ein bisschen negative Nachrichten hineinkommen. Blicken wir zum S&P 500. Das ist die Zeichnung von vor einer Woche. Da stand ja, die dritte Welle ist schon ein bisschen ausgedehnt. Das war der Donnerstag vor einer Woche. War die Schwäche? Da hat man auch gesagt, genau vor einer Woche saß man, es kommt der feste Freitag, der Inside Day. Feiertage fester, aber gerne trügerisch. Und der Donnerstag, vermutlich war das schon der Auftakt in die vier. Was anderes haben wir nicht gesehen. Wir haben den festen Feiertag gesehen und danach wurde das alles rückabgewickelt und wir sind in die vierte Welle gelaufen. Und ihr seht es ja selbst, wir sind jetzt in einer Zone, hier müsste was passieren. Hier sollte jetzt was passieren, das ist noch ein guter Impuls. Die vierte Welle, sauber abgehauen, wir laufen Richtung 50-Tages-Linie. Und hier muss bitte jetzt der Weg nach oben kommen. Dann haben wir sogar die gute Chance, neue Allzeithochs bei der 5400 zu erreichen. Und der Impuls wäre dann fertig. Danach könnte man da immer noch ein bisschen größer konsolidieren, aber es wäre dann auch der bullische Impuls, der dann kompletiert wäre. Was nicht passieren darf, dass wir jetzt nicht Stabilisierung sehen, sondern Abwärtsbewegung. Abwärtsdrend, weitere Abwärtsbewegungen auf der Unterseite. Und überhaupt nicht dürfen wir hier reinlaufen in die erste Welle. Dann wäre dieser bullische Impuls zerstört. Da hätten wir ein Dreiweller und die Gefahr, dass mehr nachkommt. Vielleicht sogar die Apprelativs komplett aufs Kron genommen werden. Also wir haben hier diese vierte Welle, die ja im Raum stand, die bullisch ist. Bisher ist die auch nicht überproportional stark. Also das passt komplett. Aber es muss heute der Happy Friday gelingen. Die Gegenwehr muss kommen. Auffällig ein bisschen hier auch der MACD, der Trendfolger. Der möchte hier gerne kreuzen. Also umso wichtiger, dass man jetzt hier in dieser Zone, ich hatte gesagt, also 5.220 im Kassehandel. Das wäre der Bereich, wo ich das Ziel sehe. Den haben wir gestern Abend erreicht. Jetzt muss da was kommen. Gegenwehr hochziehen. Hammerkerze am besten im Freitag stehen lassen. Happy Friday. Hammerkerze. Alles gut. Daten stimmen. Und wir haben die Chance, die 5 zu holen. Wenn nicht, ja, da gehen wir mit dem Kreuzenden MACD in den Wochenschluss hinein. Und die Frage wird sein, ob dieser Support hier halten wird. Also heute bitte Happy Friday, liebe Bullen. Das Bild ist bullisch hier beim S&P 500. Auch wenn man untergottet, Marktbreite, hinterfragen, klar. Aber das Bild hier ist noch bullisch. Und man kann hier kommen. Man muss kommen. Beim Nächsten ganz ähnliches Bild hat man gestern auch schon gezeichnet. Die vierte Welle, erste, zweite, dritte, vierte stand im Raum. Fast am mittleren Boninger Band angekommen. Idealfall im bullischen Narrativ kommt hier die Stabilisierung. Und man zieht nach oben. Man hätte aber auch noch Luft. Hier unten kommt die 50-Tages-Linie reingelaufen. Hatte ich gestern alles im Short-Check besprochen. Findet ihr auf meinem Kanal. Guckt es euch sehr gerne an. Habt man im Detail besprochen. Die 18.2, 18.000 wäre dann noch eine ganz wichtige Supportzone, wenn man am mittleren Boninger Band nicht abdreht. Wäre noch in Ordnung. Aber im super bullischen Bild, im bullischen Narrativ, findet man hier am mittleren Boninger Band schon die Rücklage. So tief langgezogene vier wäre schon nicht mehr so schön. Also auch hier wichtig der Rebound. Bild passt. Die vier ist klein. Und man kann den bullischen Impuls noch kompletieren. Abwärtsdynamik, schwache Tageskerze in dem Wochenschluss. Damit auch die eingetrübten Monatsschluss wäre ein Warnsignal. Auch wenn alles oberhalb der 18.000 noch in Ordnung ist. Aber momentan, also das Bild, was man beim Nasdaq, S&P sind, ist alles voll in Ordnung. Wir sind vollkommen im bullischen Impuls. Die vier sollte ja kommen. Die vier wurde jetzt ideal abgearbeitet. Aber jetzt muss der Bulle kommen. Jetzt muss er kommen in den Monatsabschluss hinein. Beim Dow Jones auch eine mega Differenz zu den Indizes S&P und Nasdaq. Da war ja auch der Impuls. Erste, zweite, die dynamische, dritte. Da müsste hier die vier kommen. Da hat man aber schon gesagt. Also so ein Rücklauf in die vier, das sieht man aber selten. Das sieht nicht sehr konsolidierend aus. Da droht eher das April-Tief. Das haben wir direkt gut von 40.000 auf 38.000, 2.000 Punkte direkt abmarschiert. Ich hatte ein bisschen eingezeichnet, vielleicht wird es ein waagerechtes Dreieck. Wenn wir durchbrechen, hätten wir sogar die Gefahr eines Doppeltops. Aber normalerweise, so am April-Tief, da reagiert man doch schon mal ein bisschen. Dass wir eine Gegenbewegung brauchen. Ob es dann nur eine Zwischenbewegung aus wird, zurücklaufen. Hier vielleicht an der 100-Tage-Linie wieder abreihen. Das wird sich dann zeigen. Also man ist ja auch schon etwas überkauft. Und die Chance, am April-Tief mal abzudrehen, ist gegeben. Aber das Bild hat sich ja deutlich eingetrieben. Der bullische Impuls ist hier zerstört. Man muss jetzt hier erstmal wieder über die 39.000 kommen, um die Tür zum Allzeithoch zu öffnen. Wäre eher was für die nächste Woche. Jetzt muss ich erstmal zeigen, dass wir wirklich uns an der 38.000 stabilisieren können. Im Kassahandel wäre das 37.800 die Ecke. Hatten wir aber alles gestern besprochen im Short-Check. Schaut euch das einfach an. DAX. Hier der F-DAX zu sehen. Also der DAX-Future auch sehr, sehr spannend. Hier zu sehen seit Februar ungefähr. Hier hat man auch diesen Impuls, der noch aktiv ist. Wir haben gestern alles im Detail besprochen. Schaut es euch bitte an. Die mögliche übergeordnete fünfte Welle von der Bewegung vom Herbst. Von der Herbst-Rallye ist man eigentlich schon sehr weit fertig. Ist die fünfte übergeordnete Fertigung. Dann könnte größere Konsolidierung folgen. Oder wird die noch weitergezogen. Auch hier untergeordnet. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Also da müsste jetzt auch was kommen. Jetzt, 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 jetzt. Im DAX-Future, da leuchten die Signalsirenen schon gelb. Weil wir mit dieser Kerze schon fast in die erste Welle hineingelaufen sind. Und auch die vier ist extrem weit gezogen. So richtig schön sieht das nicht mehr aus. Aber brechen wir jetzt hier in dem Wochenstoss durch, ist das schon ein bärisches Zeichen. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir hier die 100-Tage-Linie an den April-Tiefs dann als nächstes aktivieren. Und dorthin laufen werden. Das ist dann knapp unter 18.000. 17.800. 18.000 im Kassahandel wäre das. Mit dem man dann rechnen müsste. Auch gut zu sehen. Hier gelblich ist die 50-Tage-Linie eigentlich in den letzten Monaten immer wieder die Zone, wo man dann hochgezogen ist. Wo man hochgezogen ist, sich stabilisiert haben. Und dann wieder, ja, und wenn wir hier hochziehen können. Gestern leider keine Hammerkatze stehen gelassen. Heute muss der Rebound gelingen. Wenn wir hier wieder hochziehen, lebt auch die Chance, dass wir 19.000 holen. Ja, dass wir eine fünfte Welle holen. Auch wenn die nicht mehr schöner aussieht. Aber diese Chance lebt noch. Durchbrechen hier in dieser Zone. 50-Tage-Linie auf, nicht nur Tagesschluss, sondern auf Wochenschluss und zugleich Monatsschluss hergeben. Das wäre ein Warnsignal. Und zugleich wäre dieser bullische Impuls zerstört. Also in der Tat hier durchbrechen. Neues Wochentief. Vielleicht am Wochentief schließen die Woche den Monat. Dann glaube ich, dass dieser Cluster aktiviert wird. Und wir schauen müssen, ob wir uns am April-Tief stabilisieren können. Also die 100-Tage-Linie wäre dann wohl ein logisches Ziel. Der MACD hat hier auch schon gekreuzt. Oder gelingt der Happy Friday? Also wir haben jetzt den Monatsabschluss. Wir hatten ja einen super grünen Monat. Mai hatten wir letzte Woche auch schon thematisiert. Mit Nasdaq über 8% Performance. Ich hatte es ja auch gesagt. Es kommt die vierte Welle. Da könnte man ein bisschen von der extremen Monatsperformance abgeben. Dass wir jetzt über 10% Monatsperformance enden. Haben wir jetzt auch gesehen. Wir haben ein bisschen abgegeben. Teilweise auch mehr. Wenn ich das mal genau schaue. Der DAX jetzt auf Monatssicht 3,2% im Plus. Immer noch super. Aber man gibt den immer mehr ab. Und lässt ihn auf der Oberseite immer mehr Docht stehen. Also die Monatskerze trübt sich auch ein. Der S&P 500 noch 4% im Plus. Der DAO nur noch 0,8. Der hat seine Monatskerze fast komplett abgegeben. Da steht ja fast in Grabstein. Doge. Nasdaq noch über 6%. Das ist diese Marktbreite unglaublich. Legt der S&P 500 noch ein Prozentpünktchen drauf. Dann können wir den ab dem Mai mit über 5% schließen. Diese Chance besteht ja auch noch. Mit der Happy Friday gelingt. Haben wir vielleicht einen Mai mit über 5%. Die letzten Mai Monate mit über 5% Performance endiert zu sehen. Und es wäre ein gutes Zeichen für das komplette Jahr. Und auch für den Juni. Dass der Juni dann fester ist. Schaffen wir es nicht. Gehen wir mit eingetrübter Monatskerze in den Monatsschluss hinein. Chance, dass der Juni vielleicht auch erstmal etwas die Konsolidierung fortsetzen kann. Also Happy Friday wäre schon wichtig. Rebound wäre short-technisch wichtig. Und wäre auch wichtig für die Vorgabe in den Juni. In die eigentlich gute Saisonalität. Aber das können wir uns ja dann im Wochenausblick nochmal im Detail anschauen. Wir haben gestern waren Daten im Fokus. Wir hatten die BIP-Daten. BIP-Q1-Daten, die gemeldet wurden. Blick zurück. Eigentlich konzentrieren wir uns ja nun schon auf das dritte Quartal. Das ist natürlich der Blick zurück. Die endgültigen BIP-Q1-Daten. Und sie sind überraschend schwach ausgefallen. Das war ein bisschen Bad News. Good News hat nur nicht richtig gepfunkt. Für die Aktienmärkte von 3,4% im vierten Quartal ist nur noch 1,3% Wachstum übrig geblieben. Das ist schon ein ordentlicher Rücklauf. Von einem Heißlaufen der Konjunktur kann man nun nicht mehr reden. Man sorgt gerade vom Heißlaufen, Rebound der Inflation. Das kann man eigentlich nicht. Die schwächere Konjunktur sagt ja dann eher. Okay, das ist ja nun nicht inflationär. Die Inflation kommt zurück. Die Notenbank muss nicht mehr so doll auf die Inflation gucken. Sondern dann lieber auf die Stabilisierung der Konjunktur. Und es kommt die Zinssenkung früher. Das könnte ja die Hoffnung sein können. Hat man aber gestern nicht wirklich reagiert. Vielleicht auch, weil die Daten wirklich... Q1 ist lange dahin, sind alte Daten. Heute kommen die neuen Inflationsdaten hinein mit den PCE-Daten. 14.30 Uhr. Vielleicht fokussiert man sich darauf. Die müssen liefern. Das wird wichtiger sein als der Blick in die Vergangenheit. Aber zumindest die Entwicklung, die Wachstumsentwicklung sind schon etwas bedenklich. Und Jamie Dimon, CEO von JP Morgan, hat man gestern schon besprochen. Und der jeden zweiten Tag gewarnt. Zuletzt hat er gewarnt. Also das Stagflationsszenario ist nicht das unwahrscheinlichste Szenario. Oder vielleicht hier das goldleckige Szenario ist unwahrscheinlich. Da warnt er immer sehr groß. Und sehen wir diesen Rückgang beim BIP-Wachstum weiter. Von Quartal zu Quartal. Ja, dann ist im nächsten Quartal nicht mehr viel Wachstum da. Und dann sind wir bei verfestigter Inflation oberhalb der 2%. Klar, oberhalb der 2%, eigentlich 3%. Sind wir so ein Stagflationsszenario. Also so weit ist man davon gar nicht entfernt. Also das goldleckige Szenario kann man etwas hinterfragen. Die Frage ist auch, wann sind dann Bad News zu bad? Das ist schon ein minimales Wachstum, was wir haben. Und auch diese Grafik finde ich interessant. Diese 1,3% Wachstum, die man sich erkauft hat. Wie man sich die erkauft hat. Die Neuverschuldung in den USA, die explodiert nach oben. Man braucht hier 8 Dollar neue Schulden, um 1 Dollar BIP-Wachstum zu erwirtschaften. Also man kauft sich immer weniger Wachstum mit immer mehr Schulden. Klingt nicht sehr nachhaltig. Also die Neuverschuldung in den USA schießt ja extrem nach oben. Ihr kennt diese Problematik. Und das Wachstum wird immer weniger. Ja, mal gucken, wie man da rauskommen möchte. Das ist natürlich nichts jetzt direkt unmittelbar für die Märkte. Das ist eher so eine Generationsfrage, die man sich ja stellen sollte. Heute stehen noch wichtige Daten im Fokus. Primär die PCE-Daten. Das ist die Inflationskomponente, wo die FED insbesondere drauf schauen möchte. Die Erwartungshaltung ist, die Daten liegen eigentlich komplett in den Erwartungen. Und somit im Vormonat, also nahe stagnierend, wenig verändernd. Das könnte dann vielleicht auch zu wenig sein. Aber das ist auch der Punkt. Man erwartet genau das Gleiche. Vielleicht gibt es die kleine Überraschung. Gibt es die kleine Überraschung auf der Unterseite, dann wäre es der niedrigste Wert seit drei Jahren. Klingt dann wieder in der Schlagzeile gut. Und insbesondere, wenn die Überraschung größer ausfallen, vielleicht sogar auf der Unterseite, also weniger Inflation. Weil wir hatten ja die BIP-Daten gesehen, die Konjunkturdaten, die trüben sich doch ein. Wir haben widersprüchliche Daten, sicherlich. Aber die BIP-Daten, die trüben sich klar ein. Wäre ja nicht so inflationär, könnten die Daten besser ausfallen. Deutlich besser ausfallen. Und urplötzlich hält man wieder die Bad News und Good News. Da hat man wieder die BIP-Daten im Kopf. Ah, die Inflationsdaten gehen deutlicher zurück, weil dieses Wachstum schwächelt, heißt nachher tief wieder schwächeres Wachstum, Inflation rückläufig. Die Notenbank wird sich fokussieren auf die Konjunktur und frühere Zinssenkung anstrengen. Vielleicht sogar nicht mal der September als erster Zinsschritt im Fokus, vielleicht sogar der Juli. Das wäre dann natürlich die Chance für den Happy Friday, dass dieser gelingt. Die Daten heute 14.30 Uhr in den Erwartungen stehen sie und sehen wir grüne Zahlen, sehen wir leicht bessere Werte, sehen wir das 3-Jahres-Tief-Chance, dass vielleicht die Zinserwartungen sich auf Juli verlagen. Ob das gut ist oder nicht, ist eine andere Frage. Schwächelnde Konjunktur, die ziemlich zügig sich eintrifft, ist eigentlich nicht so gut. Auch für die Unternehmensgewinne, die euphorisch erwartet werden für das zweite Halbjahr. Aber das wäre dann heute nicht die Frage. Das wäre dann eher der Happy Friday. Überraschen wir hingegen auf der Oberseite, dann ist Obacht angesagt. Wir brauchen ja heute den Rebound. Aber das schauen wir uns vermutlich heute alles noch an. So kurz nach den Daten werde ich vermutlich einen Livestream noch starten. Dann schauen wir auch live auf die Indizes nochmal. Wer dabei sein möchte, abonniert einfach diesen Kanal. Ansonsten, was haben wir noch? Ja, Monatsabschluss steht an. China-Daten sind reingekommen, leicht schwächer ausgefallen. Einzelhandelsumsätze aus Deutschland, ziemlich schwach ausgefallen. Also, jetzt hat man den IFO-Index, der nicht so schön war. Jetzt haben wir die Einzelhandelsumsätze, die nicht so schön waren. Ja, meine Güte, ich dachte, wir haben die Talsohle. Und es geht nach oben, steil nach oben. Ja, es geht so nach oben. Also, anscheinend, so stark ist das Konjunkturpflänzlein in Deutschland noch nicht. Ja, es wird keine Rezession geben, aber es wird nur ein minimales Wachstum geben. Das ist auch etwas eine Enttäuschung. Aber auch hier der Punkt, den man positiv sehen kann. Genau, Bad News und Good News. Weiter schwächelnde Konjunkturinflation. Konjunkturpflation, ja, kommen heute auch noch die Daten, vermutlich auch in den Erwartungen. Na, da 2% heißt dann für die Notenbank, für die EZB, wir gucken auf die Konjunktur. Die EZB ist da ein bisschen weiter. Die Inflation ist schon nah am Ziel. Warum? Weil die Konjunktur schon schwach ist. In den USA war sie länger stark. Aber vielleicht ist das nur diese Verzögerung. Sie wird jetzt eher schwach, da wo Europa ist. Und hier können eben die EZB einfach schon eher reagieren, weil die Inflationsziele fast erreicht sind. Und die Konjunktur eben schwächelt. Dass der Fokus von Inflationsbekämpfung auf Konjunkturstützung umschwenkt. Und nächste Woche mit der EZB-Sitzung kommt die erste Zinssengung, kommt die Zinswende. Und dann die Frage ist, wenn die Daten heute auch passen, die von Inflationsdaten, 11 Uhr werden die gemeldet, ob man vielleicht im Juli die nächste Senkung liefert. 14.30 Uhr, ich habe mir eben gesagt, die PCE-Daten stehen sie grün. Chance auf Happy Friday. Rot bei schwacher Konjunktur, abschwächender Konjunktur. Verfestigte Inflation, die auf der Oberseite überrascht ist, sind wir ganz schnell den Szenario, was Jamie Dimon immer rausgehauen hat. Das Stagflationsszenario. Also das ist heute wirklich ein Balanceakt zwischen Goldlöcke-Szenario und Stagflationsszenario. Das wird spannend. 14.30 Uhr kommen die Daten. Ich werde alles natürlich auf tradingportal.net live darüber, das Kommentieren dann im Live-Shirt. Kommt gerne mit hinein. Ersten Link in der Videobeschreibung. Und kurz danach, vermutlich nach der Opening-Belle, um die erste Marktreaktion auch zu haben, klicken wir gerne auch nochmal gemeinsam auf die Märkte. Vielleicht sogar per Livestream, wenn ihr möchtet. Aber einen Short-Check werde ich da sicherlich noch liefern, weil eben die Spannung in dem Monatsabschluss steht. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch erstmal einen guten Auftakt in diesen Tag. 11.00 Uhr die Inflationsdaten Eurozone. 14.30 Uhr die wichtigen PCE-Daten. Die Bullen brauchen den Happy Friday. Bis bald, macht's gut und ciao. Bis bald, macht's gut.